Mein Name ist Georgios Ljakas, ich bin 16 Jahre alt, meine Position ist zentrales Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der FSV Weiblingen, VfB Stuttgart, Karlsruhe SC und jetzt beim SGV Freiberg. Meine persönlichen Ziele sind es immer 100% zu geben, mich gut weiterzuentwickeln, irgendwann mal Fußballprofi zu werden und die Mannschaftsziele sind es unter den ersten drei Türen.